Wie er sich um die Ecke geglitscht hat, das glaubt ihr nicht. Ich habe gestern so viel wieder gestreamt, wieder ein Video rausgehauen und jetzt bin ich natürlich auch, wenn dieses Video rauskommt, wieder live, also checkt den Link ganz oben in der Videobeschreibung gerne ab, kommt vorbei in den Stream, mich würde es sehr freuen, man kann wieder weiter leveln und so weiter und so fort Leute, lasst den Video gerne ein Like da oder abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt und jetzt viel Spaß beim Video, let's go. Im Team Deathmatch können wir zum Beispiel alle Runes spielen, aber im Einnahmemodus geht dann nur noch. Bist du zwei oder? Naja nur zwei Leute. Was? Ja wäre sonst zu krank, wenn einfach, weiß nicht, sechs Runes dann laufen oder sechs. Ne, alle müssten Vision Pulse spielen, Digga, das wäre so krank. Ja genau, das wäre zu stark. Ah! Solche. Da war richtig aufgeregt. Ey, wieso schießt ihr auf mich, seid ihr bescheuert? Oh ja, der Gamer X-Den, der kenne ich sofort. Sie sind da oben, Alter. Hab alle oben, hab alle oben. Oh, Alter. Marcel. Ich komme direkt dominieren zu viert. Ja, aber eigentlich wie ein Spiel, was ich wenigstens ein bisschen kann. Im Vergleich zu Fortnite, Digga. Fortnite ist natürlich dann anders. Die kommen alle aus dem Tunnel. Ich hab einen noch. Erledigt. Ich geh hinten, ich push spawnen, Spaß. Direkt übertreiben. Mit Fortnite. Direkt nach YouTube. Die Callouts direkt. Oh mein Gott, der hat so kassiert. Das Spiel ist gerade rausgekommen, man weiß die Spawns und die Bombenplätze. Ja, man weiß die Bombenplätze, Digga. Ey, die spawnen an mir, die spawnen an mir, glaub ich. Ja, die müssten hier hinten spawnen, ja. Jaja, die spawnen beim Hill. Jo, drei Leute mit Rüstung, das war's wieder komplett. Ich bin hinter denen. Oh Gott, ich bin hinter allen dreien. Huschi, dreh ich nicht um, okay. Okay, jetzt läuft's grad gut, Leute. Oh mein Gott. Ich hab 7-0, das wird die Nukleare, Leute. Das wird die Nukleare. Ich setz euch hier meinen Spawnpunkt beim Hill. Oh, die spawnen hier. Die spawnen immer on Hill, aber richtig krank in dem Spiel. Bei dieser... Ey, ich hab diesen Modus noch gar nicht gespielt. Bei Frequencies spawnen alle beim Hill, das ist so krank. Wie hier auch mal SMG als ein Hardpoint. Ich hätte so gerne eine SMG, ich hab noch nicht mal Klasseneditor. Äh, beste Waffe ist doch hier die MX-0, ne, mit Abstand. Ja. Die ist komplett broken, die ist gut. Die würde gefallen, Amar. Ja. Jeder, der die spielt, ist leider zu stark. Oh, Marcel steht 8-0. Ja, das ist nukleare Gameplay, Digga. Ich will dich ja jetzt nicht nervös machen, Marcel, aber du bist auf guter Streak. Hm, passt tot. Wer ist das hier mit mir? Ich bin im Hill. Lass mich vor, lass mich vor. Er liegt da, er liegt da, er ist one shot down. Ich hab jetzt auch... Hab ich jetzt nen Kill bekommen? Ne, ja, ich hab nen Kill wirklich bekommen. Ich hab den Kill wirklich bekommen, das heißt, es können echt zwei Leute eine Person killen und beide kriegen den Kill im Scoreboard. Ja, wirklich. Ich hab jetzt auch den Kill grad bekommen, den du gemacht hast, Amar. Ja, Amar, ich hab deinen Kill bekommen, kein Scheiß, Digga. Ich hab 9-0, Digga. Ich will eure Kills haben jetzt. Wegen die mach jetzt den Jungen. Die halten so diese ganzen Gänge da. Leute, da hinten ist einer drin. Wehe, die spawnen jetzt hinter mir, Digga. Ich raste komplett aus. Die spawnen komplett beim Hill, Digga. Oh, hab den Kampfheli am Start. Der ist einfach hier oben. Wo ist der? Ich kenn den Spot nicht. Ey, 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 ich kenn den Spot nicht. Hast du ihn? Hast du ihn? Nein, 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 der lebt noch. Das heißt, er ist jetzt hier. Wer hat Tarn-Heli? Wer hat Tarn-Heli? Ja, Marcel zu uns. Ah, hier oben ist der Typ. Ja, er hat ihn jetzt. Ja, ich kann den Sorge haben, aber der macht nicht einen Kill. Ich hab auch ne Drohne. Was ist besser? Das durchgeht schnell heilen, Perk? Oder insgesamt mehr Leben? So eine Hau. Das heilen, Digga. Auf jeden Fall. Und, haben wir beide den Kill bekommen? Ja. Alter, wie geil ist das denn? Ich hab 13-0, Jungs. Oh, shit. 13-0, Alter. Was ist denn da los? Was ist der Bremer, den ich gerade gegessen hab? Ich schwörs euch. Der Bremer von Nordsee. Ich merk schon, davor hast du anders gespielt. Bremer sind Broke, Digga. Ich schwöre. Bremer sind ein bisschen, die sind halt hart OP, Digga. 15-0. Produktplatzierung ist rausgeriegelt. Ey, ich werd so angeballert von hinten. Äh, ich hab was schönes. Ah, ne. Ich hab einen Inhalater. Ich wollt sagen, ich hab Vision Pulse. Ja, ich muss kurz chillen. Gut, dass du's sagst, Digga. Du kannst halt echt was machen. Alter. Oh mein Gott. Ich seh die nicht mit Vision Pulse, Digga. Was macht ihr mit denen? Sind die gelieft? Ne, die sind... Oh, die sind jetzt zu dritt hier, Digga. Ich hab Drohne für dich, Marcel. Oh Gott, Digga. Das war Schicksal 10. Das war sie, Digga. Das war sie jetzt. Komm, komm, komm. Du holst das, du holst das, du holst das. Das wär so big. Wo ist der Typ? Der ist hinter mir gewesen. Der liegt da, der liegt da. Weiß gar nicht, mit wem ich meine, Digga. Weiß gar nicht, mit wem ich rede, sag ich schon. Oh, nice. Hey, ich hab aber jetzt als Gruppe losbekommen, wo ich 19-0 hab. Das heißt, die anderen Kills zählen nicht zu Streak dazu. Alter, du spielst ihn doch. Die sind erledigt. Aber egal, Hauptsache am Markt noch kein Klassen-Editor. Ich weiß gar nicht, auf was für einer Streak ich gerade bin. Oh mein Gott, ich bin jetzt darauf gnadenlos. Ich hab Heli. Ich bin auf einer Streak. Bin ich auch ehrlich. Ich setz hier meinen Spawnpunkt. Ich lass oben mit Granatwerfer. Ey, nee. Nee, ich stell dir scheiße. Pass auf, da kommt noch wärmer. Ich helf dir. Der puschelig, ne? Der steht da einfach rum, Mann. Was wurscht denn jetzt? Oh nein, hinter mir. Nein, ich sterbe auf 15er. Nein. 15er? Ja. Nein. Unlucky. Das ist anders unlucky. Ich hab noch Hellstorm. Ja, euch auch. Ich balle auch immer meine Hellstorm. Mach natürlich keinen Kill. Fuck, ich bin gerade ganz, ganz in einem anderen Universum. Hinter mir ist halt einer. Boah, ich hab den nächsten Heli. Ich bin tot, scheiße. Fuck. Nein. Bist tot? Echt? Fuck. Aber das zählt, es hätte aber jetzt, die Nuke hätte ich erst später. Also das war irgendwie voll komisch gerade, Digga. Vorsicht, Puls. Du kriegst die Kids auf dem Scoreboard, aber die zählen glaube ich nicht zu der Nuke Nuklear dazu. Ja, Mann. Unlucky, Digga. Findest du die Beta bis jetzt? Die Beta bis jetzt? An sich, ja. Und wo siehst du Vergleiche? Also, von den Betas her finde ich, ist es auf jeden Fall die beste Beta von allen Serios, die wird. Und das Game, also es kommt mir einfach, es fehlt nicht mehr viel, um es einfach rauszubringen. So weißt du? Also es halt, sie haben ziemlich viel richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Es halt einfach, du hast, ich glaube wenn jetzt die Vollversion draußen wäre und man könnte Prestigen und so, ich glaube dann würde ich echt nicht mehr offline gehen, so weißt du was ich meine? Oh Gott, die Lobby ist gut, Jungs. So richtig gesund, meinst du? Genau, also auf gesunden Lifestyle, meine ich. Ja, das ist gut. Es macht halt einfach echt Laune, es macht mal wieder Bock ein Spiel zu grinden, so. Sorry, ja. Digga, bist du erschrocken. Ich auch. So nach, ich hab so nach links geguckt. Ich dachte, Amar sitzt in meinem Zimmer. Nein! Nein! Bo4, Bo4, Bo4. Oho, oho. 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 Oho, nein. Oho, nein. Ich hab noch die Hill-Rotation drin. Wo ist denn die nächste Hill jetzt? Hat die hier hinten, ne? Ich will ein MG spielen, aber ich hab noch keine Aufsätze, das ist so klobig. Das ist scheiße im Nahkampf. Die ist Titan, das Ding. Ja. Aber das Ding ist stark. Ja? Ja. Dann motivierst du mich, dass ich das Ding zocke. Ey, die Gegner sind richtig. Ich hab's aber selber noch nicht gefeiert, ne? Echt? Nein, das ist echt stark. Ich hab's einmal ausgewählt. Ich bin schon wieder tot. Der Typ mit Heat-Wave konnte doch einfach nicht killen, bis wieviel er gesponged hat. Ja, die schlucken immer übelst viel. Einer kommt außen, einer kommt außen. Ich muss das hier machen. Die kommen alle rein. Oh, der letzte ist One-Shot. Die Jungs, ich schwör, die sind nicht gut, ne? Ich schwör's. Ich schwör's doch. Hinter uns, die sind derbe gut. Hier Jungs, lebst du alle? Nein! Ihr habt alle 200 Leben. Ich bin direkt down. Perfekt. Sehr gut, danke. Aber ich hab Heli noch bekommen. Hey, die sind einfach zu mächtig für mich. Digga, ich spiel ein MG, damit ich stark auf Distanz bin. Er snipet mich. Ich muss jetzt einmal diesen scheiß Döner beißen, das geht nicht. Beiß doch einfach mal rein, Dominik. Lass dich auf meine Schlumpen. Ich verliere jeden Gunfight, obwohl ich zoomt um die Ecke komme. Der schwingt in drei Schoß, der macht mich weg auf Distanz. Ich spiel er wieder mit. Wie gut ist der Döner, sei mal ehrlich. Zu was der Goldtrailer. Der schreibt dem Zuschauer, der Döner sei gar nicht so gut. Oh. Woher weiß der Zuschauer das? Woher weiß der Zuschauer das? Woher weiß der Zuschauer das? Die Zuschauer wissen doch alles. Ich kassier hier wieder. Man könnte hier das... Ja, ich war es der Schluck. Eilige Scheiße. Eilige Scheiße. Du warst gerade ein bisschen wie Montanke. Ey, Mann Jungs. Gleich gibt's Zamba draußen. Das ist so ein Lobby, der weiß, wenn es würde was gehen, aber es geht nicht. Ich krieg nichts geschissenes. Das MG ist ohne Aufsätze komplett scheiße. Jungs, ich leg euch ein Sturmpaket. Danke für ein Sturmpaket. Ich hab mir was genommen vom Sturmpaket. Bitteschön. Ist ein leckeres Sturmpaket. Ne. Geht auf Nacken. Alter. Was ist Sturmpaket? Sturmpaket ist Muni und du kriegst mehr Punkte durch Sturmpaket, wenn du Kills machst. Aber nur wenn du Sturmpaket hast. Danke. Bitte. Weitermachen. Ich glaub euch nicht. Ich hab gleich wieder 200 Leben für euch. Wenn ihr Bock drauf habt. Ich hab immer Bock auf Leben. Okay, hier bitte. Gar kein Problem. Oh, lecker. Ja, ich stell immer One Burst, wenn ich das mache. Oh mein Gott, der Triple. 1 vor Triple war ich. Vision Pulse. Aber Tod 1 vor, oder? Vision Pulse ist OP. Ich hab mal ne Drohne gegeben. Das gibt's nicht. Amma gibt's richtig. Amma, ich geb immer. Frag meine Freundin. Gefällt mir. Ja. Ne, andersrum. Ich bin doch dein Freund. M.E. ist gut auf Distanz. Was für ein Play, Leute. Play like Scorpion. Wir gehen schon zum nächsten Hill hier. Der Kampfheli ist am Start. Eine Drohne starten. Nein. Jungs, Jungs. Eins. Ich versuche hier von außen ein bisschen Action zu machen. Ja, du kriegst die Hellstorm. Scheißegal. Ja, kriegst die nicht. Kein Erfolg. Sturmpaket. Sturmpaket, Amma. Hier. Sturmpaket. Warte. Ich komm. Komm her. Wenn ihr Sturmpaket. Ja, das hast du echt komisch gesagt. Zwei. Nice. Lecker. Drei. Jungs. Breaking News. Der Heli hat nen Kill gemacht. Na komm hoch. Hey. Noch einer. Ey, wir raten die. Ich hab meinen allerersten Helikopter. Oh mein Gott, Leute. Das Aim. Das Aim, Leute. Das war so krass. Leute, kauft mein Merch. Ey, ich glaub wir haben ins Dauer-Heli, ne? Wir haben ins Dauer-Heli. Wir haben ins Dauer-Heli. Brauchen noch einen. Halt mal jemanden Link, bitte? Alter, er ist afkar. Er ist gehirntot. Nein, ich steig 25 vor Heli, Mann. Sturmpaket ist schuld. Nein! Nein, nur wieder, nur wieder. Du Missgeburt. Hier, Sturmpaket im Hill. Mmmh. Scheiße. Das war lecker. Ich hab so viele Kills am Anfang gemacht, und jetzt choke ich absolut. Ja, Mann. Same. 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 Alter, unsere Helis sind, die schmecken halt echt gut, ne? Ein Heli ist das jetzt schon wieder. Ich hatte auch noch einen anzubieten. Meiner hat zwei Kills gemacht. Ich hab 42 Kills, hab kein Heli bekommen bis jetzt. Ey, Sturmpaket bringt mir gar nichts. Krieg ja gar ein 200 Leben. Nein, 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 nein. Die kriegs einfach so. Die bekommst du einfach so. Wenn ich den aktiviere. Aber Sturmpaket musst du einsammeln. Da kriegst du mehr Punkte pro Kill. Und hast halt mehr Money verloren. Das ist halt ein krasses Sturmpaket. Das ist echt geil. Wer kann das machen? Das ist mein Main. Das ist der Crash. Kann sein, dass wenn man jemandem über 100 Damage macht, dass man den Kill dann dazu bekommt. Ja. Du musst den größten Teil des Kills machen. Bevor der andere den zieht. Oh, der ist hinter mir. Oh, der will rein in die Olga. Der ist auch drinnen, ne? Toll da. Noch einer da. Natürlich. Natürlich. Mir ist das MG noch ein bisschen zu schwach. Nein, ist so schlecht. Vision Pulse. Boah, das Free Fire hat so gut geschmeckt. Hast du einen Port gemacht da mal? Bei mir war nur ein Kill angezeigt, lol. Das waren vier hintereinander. Lol? Ja. Same. Hinter uns gespawnt. Alter, da werde ich geholt. Oh mein Gott. Welche Waffe ist denn am besten, um die richtig schönen Gegner aus dem Headglitch zu holen? Bestimmt ne A, ja. Die Burst. Warum kein MG? War nicht mal MG's die geilsten Headglitch rauspooler? Nur APO-RD mit Elsass Schalten einfach. Nice. Bist ja okay, Klasse. Warte. Ja. 200. Mann, das ist doch unfair mit deiner Pistole, Junge. Du bist ja ein geiler Pistolenspieler, du. Hund. Oh. Äh, Trimex hinter dir. Schlumpa geht. Sehr gut. Wie er sich um die Ecke geglifft hat, das glaubt ihr nicht. Lass mal aus dem Hill raus, bitte. Äh, äh, äh. Ich fahr halt einfach nicht um mich, so geb ich hier so viel Headmarker. Zeitliche Drohne kreis. Stellung verloren. Das Boxen ist leider echt schlecht in dem Game. Nervt mich. Das Boxen nervt, Mann. Kennst du den Spruch noch? Wo ich so... Nein, kennst du es ja echt nicht mehr. Das Boxen nervt, Mann! Doch der Satz sagt mir tatsächlich etwas. Das war so einer meiner heftigsten Ausraster an Advanced Warfare. Zwei Gegner sind richtig schlecht in der Lobby. Also richtige No Hands. Wow. King Salah und FK Dingens. Genau wie wir vorhin am Anfang gesagt haben. Puh. Ja, die laufen einfach nur rum in der Spree-Aim. Wird der immer wieder von hinten gekommen? Was macht der denn? Aber wir sollen nicht in Hill, ne? Meinst du? Ne, ne, ne. Oh, hier ist ein neister Spot, Leute. Den spiel ich jetzt erstmal nicht mehr. Na, schade. Nachladen hab ich. Ich geh aber noch ein bisschen in Hill, weil sonst verlieren wir wegen dem Punkten. Nicht verlieren wir, sondern es ist zu Ende. Wegen der Zeit. Wegen der Zeit, Dominik. Wegen der Zeit. Und den Punkten. Weiß nicht, ob du noch einmal falsch sagen willst, aber es ist definitiv wegen der Zeit. Ihr habt auf jeden Fall 200 Leben jetzt. Ich bin auf jeden Fall tot. Ich hab das einfach viermal in der Runde bekommen, ne? Das ist so... Das ist gut, spiel das mal weiter, Digga. Das ist gut für uns. Das ist echt gut, ne? Wir können alles in Support, zeig mal. Ihr wollt nur einen weniger haben, der auf den Ruinen campt. Stimmt auch, ja. Beides. Es kann ja... Alter, schäum. Wie langsam verstehe ich die Map aber auch, Digga. Ach man, same. Ich will nur noch die Map spielen. Stumpa, geht hier unten. Digga, ich hab immer ne Drohne, drückt dann einfach automatisch Pfeiltaste nach rechts. Das ist jedes Mal falsch. Vielleicht wird's ja irgendwann mal richtig, Digga. Ne, ne. Wenn du einfach weiter drückt. Digga, auf Dreieck ne Abschussserie rausholen. Die Anzahl macht, bitte die hinter mir habt ihr. Hinter mir, wieso hat den... Mann, Digga. Ich hab mich so drauf verlassen. Das Boxen, ja. Er ist One-Shot, King Salat. King Salat, Digga. King Arm A. Nein, zu viert hängen sie hinten, Digga. Ja, jetzt können sie alle rein. Boah, ich hab 51 Zehn, Digga. Was soll denn das? Ich mach die Möwe, Digga. Ja, er bret mich mit seiner Über-Heat-Wave, Digga. Oh, das ist gar nicht okay, zum Glück. Nein, ich wollte noch einmal meine Spezial-Piegel. 56, 15, echt gut. Nein, ich wollte noch mal meine Spezial-Piegel.